Dezember der 11. Heute mit den alten Moog Knattermaxe Vulkanen mit Knister-Effekt. Hier schönes Design mit dem Gockel. Dann schauen wir uns die mal an. Eine sehr lange Brenndauer. Jetzt machen wir zum Schluss noch die letzten beiden. Auf einmal, wo ist jetzt hier die Zündchen? Hier oben. Den stellen wir auch so hin. Einmal und zweimal. Auf jeden Fall sehr schicke Teile. Super Brenndauer und ein schöner Effekt.